Oh, was gibt es jetzt zu beachten bei der guten? Ja, die haut ein bisschen mehr Damage raus als vorher und die Kreise bleiben länger stehen und die hat zusätzlich noch mal irgendwas zum festen Nageln, was sie vorher eigentlich in den Schrei hier genau. Da kommen wir aus, der Gift wird es noch raus. Na, ich muss eben schnell. Erst den Task abschließen, dann kann man sich um den Rest kümmern. Ist immer sehr effizient. Gerade wenn man blutet oder sowas. Ey, das können wir wohl nicht warten. Woher kam jetzt der rote Kreis hier ganz hinten? Ich dachte wir haben die ganzen, ähm, Schützdinger. Schützdinger? Ja, und kann mal noch einen Kreis? Hä? Wie geht denn das? Schick it off! Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich hab nichts mehr zum... Scheiß! Die nervten bisher. Ich hatte nicht mal eine Chance irgendwie wirklich abzuhauen. Von einem Kreis an den anderen rein. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das sind echt viele. Ja. Ich bin jetzt nicht günstiger, dieses Feld unter dem Boss zu setzen. Zum Schluss.